Hallo, kennen Sie schon unseren digitalen Mitarbeiter, den Water Engineer? Er unterstützt uns beim Bau von Wasser- und abwassertechnischen Anlagen im Bereich des Engineerings. Er hat seine Kompetenzen von der Projektentwicklung über die Konstruktion hin zur Abnahme und Abschlussdokumentation. So erstellt er vollautomatisiert Schallpläne inklusive 3D-Aufbau, SPS-Programme, maschinentechnische Zeichnungen, Pflichtenhefte sowie weitere Word- und Excel-Dokumente. Er dient im gesamten Projektprozess als zentrale Informationsquelle und hilft so, Fehler und Aufwand zu vermeiden. Wenn auch Sie Interesse an einem digitalen Mitarbeiter haben, dann fragen Sie gerne nach. Wir beraten Sie gerne.